Im Jahre 451 treffen die Truppen des Hunnen Attila auf die Truppen des römischen Generals Flavius Aetius. Sie treten gegeneinander in der Schlacht auf den katalanischen Feldern an. Attila ist ein Spiel um eben diese Schlacht für zwei Spieler ab sieben Jahren und dauert etwa 15 Minuten. Jeder von euch hat drei Ritter, die auf dem Schlachtfeld für euch kämpfen. Eure Aufgabe ist es, diese drei Einheiten so auf dem Spielplan zu bewegen, dass euer Gegner blockiert ist und keine Bewegungen mehr durchführen kann. Die Bewegungen, die euch zur Verfügung stehen, bestehen immer aus drei Schritten. Landet ihr mit dem letzten Schritt auf einem freien Feld, ist euer Zug gelungen und ihr seid dem Sieg bereits einen Schritt näher gekommen. Aber nicht nur durch geschickte Bewegungen, sondern auch dadurch, dass ihr Land verbrennen und somit besetzen könnt, habt ihr die Möglichkeit, euren Gegner handlungsunfähig zu machen. Denkt immer daran, nur einer von euch kann diese Schlacht gewinnen. Von daher sollten eure Züge gut durchdacht sein. Bei Attila braucht ihr auf jeden Fall eine gute Taktik, um zu gewinnen. Da das ganz flott gespielt ist, ist es auch kein Wunder, dass man direkt noch eine Schlacht an die gerade gespielte dranhängt. Viel Spaß bei Attila. Eure Kadhi. Untertitelung des ZDF, 2020